Spielt das 20. Jahrhundert eine Rolle in Ihrem Leben? Verwenden Sie zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm? Ich bin Autor. Ich schreibe. Und ich verarbeite keine Texte. Für Giles D.S. hat sich das Leben seit 20 Jahren nicht mehr geändert. Das ist Parker. Ich nehme jetzt meinen Tee. Bis eine Zufallsbegegnung... Es dauert höchstens noch ein paar Minuten, dann ist das Zimmer voll mit nackten Puppen. Das ist nicht die M. Foster. Im Kino ihm einen Einblick in etwas ganz Unglaubliches gewährte. Ich habe angefangen, an einem völlig neuen Stoff zu arbeiten. Ein Erwachsener für Nummer 3. Was wollen Sie sehen, Sir? Hot Bands College 2. Danke. Ronny Bostock. R. Bostock, Esquale. Jetzt hat er die allerletzte Chance. Du bist nichts weiter als eine Bremsspur auf der Unterhose des Babys. Zu entdecken, worum es im Leben wirklich geht. Es wird vielleicht in nächster Zeit etwas schwierig, mit mir Kontakt aufzunehmen. John Heard. Das wäre genau das Richtige für Sie. So, also genau das Richtige für Prominente. Ja. In Europa ist es häufig so, dass ein junger Mann von dem Wissen und der Erfahrung eines Älteren profitiert. Verlaine Rambaud. Rambaud? Arthur Rambaud. Jason Priestley. Wollen Sie damit sagen, Shakespeare würde in der heutigen Zeit solche Sachen wie Hot Pans College 2 machen? Also gibt sich dieser junge Mann dem irrationalsten Wunsch hin, den die Menschheit kennt. Es ist der Wunsch, sich unsterblich zu verleben.